Der Anteil der Hochflurwagen hier in Salzburg ist enorm. Jetzt gerade bin ich mit Augen 219 auf der 3 unterwegs. Ja bitte? Hi, grüß dich. Ich in Salzburg. Ach, ich fahre hauptsächlich, bin ja schon ein bisschen Überlandbus gefahren. Jetzt gerade fahre ich mit dem Stadtbus zum Bahnhof. Dann vielleicht nochmal ein Stück Überlandbus. Ich habe auch immer gefragt, ob bei Postauto, nein Postbus, so heißt die Gesellschaft, die den Überlandverkehr betreibt, ob da die SBV-Tageskarte gilt. Ja, die gilt. Nächster Halt. Ach, das weiß ich noch nicht. Alles klar, ja, ne? Ciao. Ich werde auch ein T-Shirt unter 17 oder 18. T-Shirt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, bitte. Ja. Alles klar. Jo, ne? Alles klar. Ja. Ja. Ja, alles klar. Ja, tschüss. Ah, ich seh. Ich würde engekommen mal rein. So, ich gehe vor. Lass uns das mal ankommen. Lass uns das mal ankommen. Mal gucken, Leins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das war eine Fahrt im 219 auf der Linie 3 Aí.